Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Oberkassel. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 126 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 2800 Euro pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.